Hallihallo, hier im Hintergrund seht ihr die Vorbereitungen für ein Festival. Das ist hier die Backtrass, die hier gerade Probe aufgebaut wird. Alles vorbereitet, es wird schon fertig verkabelt. Dazu kommen dann noch Mitteltrassen oder vielleicht noch mehrere Mitteltrassen, Fronttrassen. Der Robin, der macht hier gerade einen Probeaufbau. Wir gehen mal ganz kurz drüben. Er sitzt ja an seinem neuen Lieblingsspielzeug. Schaut mal das Pult an. Hier, Robin. Wunderschön, servus. Ja, also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Was da noch so kommt. Und ihr werdet dann auf jeden Fall bei uns entweder Story oder Beitrag sehen, wie das Ganze dann im Kompletten aufgebaut aussieht. Ja, da freuen wir uns drauf. Und er merkt schon, er will nicht allzu viel verraten. Ich mache nochmal einen Schwenk hier. Da kommt noch jede Menge Material dazu. Hey, habt Spaß an allem, was er macht. Ihr seht, wir haben ihn. Bis bald. Tschüss.